Ich komme hier nicht hoch! Alter! Mal. Das war's für heute. Hinter dir sind wir eine Kacke. Hinter mir warum? Sieht schon gut aus. Alles gegeben. Vorher den Lenkrad und Daumengas ist so schmierig, ich krieg die gar nicht mehr gegriffen. Sebastian fährt vor. Was machst du da, du Bergziegel? Das war's für heute. Das war's für heute. Was hat er gesagt? Das könnte etwas eng werden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh oh. Was machst du? Alter, der spritzt mich jetzt zu. Oh oh. Das war's für vor. Oh oh. Das war's für heute. Oh oh. Nein! ich Ich mach den Gang wieder nicht raus. Was hast du denn jetzt gemacht? Ein bisschen Gas gegeben und dabei geschaltet. Da darf ich nachher nicht ins Video schneiden. Sauerstoff! Ich komm hier nicht hoch. Ich muss auf der Seite bleiben. Ich komm hier nicht hin. Aber wie krieg ich jetzt den Reifen da drauf? Ja. Aber wir müssen nicht mal ein bisschen mitziehen, was? Glaube ich auch. Warte, pack mit an. Wir heben den jetzt eben ein bisschen hoch. Wieder anpacken. Wollen wir mal leicht Gas geben? Ein Pfötzchen, ja. Stopp! So, jetzt müsstest du eigentlich kommen. Nein, nein, nein! Scheiße, mal hinten raus, das wird hier nichts. Nein, wir sind vorwärts. Vorwärts! Digga! Ja, wir haben schon neue Reifen. Die greifen sehr gut. Das ist nur zu schlammig. Ein bisschen. Erst mal parken. Da hat jemand ein Plastikteil verloren. Scheiße, das ist ein Möllplastikteil. Wuh! iping ist ja. Was wird ihrichue glued herabかな? Ich hab es mal geöffnet. Du bist Tierisch. Es reflection auf das Wasser holen im Hand izquierda! Yell wir mal kinder Ereizte.